Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, da mein heutiges Thema ist Fliegen und zwar nicht die Tätigkeit, sondern das Tier, das Insektum genau zu sein. Fliegen sind meiner Ansicht nach sehr, sehr lästig. Für die Zoologen sind sie natürlich ein Wunder der Natur, aber für mich sind sie wie gesagt ein reinster Argerl. Wenn man sie klatscht, dann versteckt sie sich. Und da habe ich auch gleich mit dem passenden Spruch dafür aus Star Trek. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Und ja, wenn ihr auch schon Fragen gemacht habt, ob ihr mich solche Tiere, mit solchen elendigen Tiere, dann könnt ihr mir das so gerne mal in die Kommentare schreiben. Heute gibt es wieder nur ein kurzes Video. Und heute war es wieder einmal sehr, sehr nervenaufreibend. Über den Vormittag darf ich leider nicht sprechen. Denn im Training habe ich wieder einmal Vollgas gegeben und ein kleiner Tipp. Wenn ihr zwei Liter von einer Milch trinkt, die 8,8 Gramm Eiweiß hat, dann geht es euch schon einmal ein bisschen anders. Im schlechten Sinne. Ich habe es probiert und die Retourkutschung geht jetzt. Drehungen hoch 10. Ihr könnt mir einmal in die Kommentare schreiben, was ihr, falls ihr dann jetzt so ein Eiweiß zu euch nehmt, in welcher Form und was man da für Tipps geben könnt, falls welchen ihr habt für mich. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder oben, die noch immer sich das Video anschaut. Danke fürs Zuschauen. Servus. Führt gut und auf Wiedersehen. Ganz bestimmt das nächste Mal. Euer Mike.